In der sozialkritischen Lage, politische Konversationen durch die Bürgerentscheid, verwaltungs-kronen, technischen, intervenösen, systematischen Verhandlungsphasis auf dieser Ebene zu diskutieren und unter diesen Gesetzgebungsmaßnahmen rechtlich zu verfolgen, sind die Straftäter einer Selbstjustizinteraktion durch Kamerabeleuchtungsflashlights als amerikanischen, diffusionsorientierten Reichstumsgesellschaft der gesellschaftlichen Norm nicht zur entsprechenden Kapitulation in dieser Reaktion, interventionsreaktionellen, mechanistischen, verwaltungs-propagandatechnischen, alarmarisierenden, katipultierenden, vibrationsstellenden, wirkenden Berechnungen einer BITCH!